Hallo und Herzlich Willkommen zu meinem neuen Einzelplay Ja, Google in 1 007 Mit mir, Jay Lidl Ja, das ist mein erstes LP, das ich mache Mein erstes Einzel-LP Wir haben kein Bier, aber Ja doch, mein erstes ist der Film Wir haben das neuem Geschäft Der YouTuber, ja genau Der YouTuber, ich bin ganz neuem Geschäft Ähm, ja Wir werden es auf dem Schwierigkeitsgrad Geheimagent machen Und hoffen, dass wir nicht total ablosen Es gibt 10 Minuten Videos Da verlade ich Vielleicht 2 Level hoch Oder ich mache es ganz easy peasy 2 Level Ähm Äh, ich meine Ein Video Alles klar, das ist unser Gattenschirm Kann man als eine Waffe nehmen Ah ja Alles klar Ich glaube das Das Klammern Ich glaube das Das Klammern Bam, bam Okay Ich glaube wir sollten aber nicht ziehen Das ist jetzt die Trainingsübungen Hier Achso, ja, okay Geht schon weiter Tut mir leid Ähm Ähm Das ist Golden 907 Ist ein Shooter für die Ziel Ich bemerke Ja, okay, das bemerkt man direkt dann von meinem Training schon Mit C ducken wir uns und dann Beziehen wir uns klar Äh, ich bin hier geil Schieß da mal eben durch Nein, wir machen es auch fast Geil Bam, 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 bam Bam, 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 bam Bam, 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 bam Und die Was haben wir jetzt? Na, okay 47 Na, okay Ja, die lässt nicht viel übrig von den Zielen Eine Waffe, die sehr gut zu mir passt Ich lasse sowieso nicht kenne Gegner übrig So Alles klar geht weiter Bam Affen Also Leute Das ist dein Sinn Cooles Spiel Mit ner Menge Action und Jo Ich hoffe ihr begleitet mich auf meinem Weg Ähm Durch Gewonnen Da ist das Dann Ich hab' Pssst Leiser sein Jetzt nicht reden Pssst Pssst Ich nehme den Schalldämpfer Gut, gemacht, Bond. Alles klar, danke. Ihr habt mir geholfen. Teil leise. Das sehen die uns. Wir haben uns aber geile gesnackt, Leute. Kein Bock mehr auf Schlafen. Was, was, was? Das ist klar. Überraschung. Heute. Zack. Wir wollen uns... Ja, super, der ging weg. Spock die nach oben weg. Das war das Training. Das ist also ein super netter Rollstuhl. Das war das Training. Das war das Training. Guten Morgen. Seit drei Jahren spielt ein hochrangiger russischer General, Arkady Orumov, russische Militärausrücke und verkauft sie auf dem Schwachmarkt. Wir verküchten, er will eine Ladung Hightech-Waffen an eine Terrororganisation senden, die unsere Botschaften angreifen. Sie müssen zusammen mit Agent 006 seine Operationsbasis infiltrieren, die Waffenladung zerstören und General Orumov notfalls eliminieren. Agent 006 überwacht die Anlage bereits. Die Zeit drängt 007. Ein nicht registriertes Frachtflugzeug wird in 45 Minuten diese Waffenladung aufnehmen. Verstanden? Versteht der Geil. Sind in Positionen. Die Bildschirms. MI6 Ende. Tja, das war der super Lagebildschirm. Mit der geilen Hauptquartier-MI6-Stimme. Also das muss gefeiert werden. Verzeiht bitte, ihr kleinen Fail. Äh, ich muss mir noch was ausdenken, damit meine Stimme erstens lauter wird. Äh, zweitens, damit ich hier nicht so deutlich rumwippen muss, könnte ich mich näher kommen. Ein bisschen, jawoll. Hoffentlich, ich bin jetzt so ein Ziel und allem möglich drumherum. Aber das wird schon. Hoffe ich. Das ist die russische Föderation. Ja. Was mir aufgefallen ist, bei jedem Spiel sind die Russen die Bösen. Dabei habe ich nichts in Russland. Mag ich nicht sogar. Aber, tja. Die Spiele mögen ganz kein Russland nicht. Willkommen Russland. Das ist unser Partner. Warten wir bis der Netztruktor hier ist. Genau, warten wir. Du die linker Wache. Du die rechte. Wir nehmen die rechte, habt ihr verstanden? Wir müssen vorsichtig sein. Ich glaube, die rechte hatten rechten Haken. Jetzt. Die. Alles klar. Los, wir müssen los. Ja, das ist super. Ja, super, ey. Ganz losendreckig. Ganz leise sein. Ja, die hier voll pro. Ähm, ja. Alles klar, die gehört als Scharfschütze. Ich bin noch gar nicht oben. Warte. Warte. Alles klar, die gehört als Scharfschütze. Jetzt nehmen wir uns hin. Wieder. Ich komme jetzt zu ihm. Also wir gehen jetzt mal zu ihm, zu unserem kleinen Freund. Ähm, tja, ihr habt gesehen. Ah, sie haben es gesehen. Ich hole mir jetzt schnell die Munition hier. Tja, Leute. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr viel zu tun. Ich werde dieses Video nicht jetzt beenden. Eigentlich würde ich 10 Minuten machen. Aber es tut mir echt sehr leid. Was kommt jetzt? Ach komm, ich weiß doch, wir gehen jetzt mal. Ja, genau, komm. Da hat er recht. Ah, es gibt Stoff jetzt hier. Ganz viele Russen, ey. Da vorne. Der Kontrollpunkt könnte Problem werden. Ich weiß es nicht. Halt dich bereit, falls was schief geht. Ich beende dieses Video an dieser Stelle. Und verabschiede mich. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.